Das wissen wir ja. Eine großartige Geschichte. Er wird ein paar Minuten brauchen, bis er es verarbeitet hat, was er hier heute gezeigt hat. Ganz spektakulär, dramatisch. Einmal mehr der Slalom. Es ist die verrückteste Disziplin in diesem Winter. Finanza ist eines der vielen Opfer. Das ist Freude pur und alle gönnen es ihm, weil er eben einfach so ein Netter ist, der Dave Roddy. Gott, he did it! Da muss man erstmal ein bisschen zu sich kommen. Schauen wir noch auf die Übersicht, Dave Roddy. Die Britte.